Granate eingeflogen. Boah, so ein fettes Ding bekommen. Was? So eine Face-Face-Mask. Ich habe gerade noch Schuss gehört. Puh, ich bin raus. Ja. Ich mache gerade die Aufnahme aus, Alter. Also es ist schon davor, ich ziehe es halt in der Aufnahme nicht, weil es ja nur das Spiel interne aufnimmt. Ich war auf Windows, Game crashed. Alter, jetzt ist es Ripper-Roni. Mein Scarf ist komplett leer, Alter. Er ist jetzt komplett voll, aber... Ich weiß nicht, gehe ich jetzt in die nächste Runde mit dem, oder wie ist das? Ich kann ihn ja jetzt nicht leeren. Das ist auch so eine Sache, Mann. Da crashed das Game. Du hast einmal von 500 Runden, Scarf, Run, hast du eine gute Runde. Und dann crashed das scheiß Game halt. Das ist ja halt gar nicht... Ja, und jetzt, guck mal, wenn ich jetzt gehe, jetzt guck mal meinen Scarf an. Nein, der ist komplett normal. Normal hat er jetzt dann auch wenigstens die Ausrüstung an. Ah, der Ripper-Roni, Mann. Aber wo bist du? Ich bin bei einem Truckparkplatz. Nee, ich bin... Dingsbums... Ach, scheiße, wie heißt's? Ja, Truckparkplatz, ja, bin ich auch. Nein. Ja, da links hinten. Bist du am Ding, oder? Ja, am Tor. Direkt Schüsse. Uhrzeit? Ja, die Runde hat auch gerade angefangen. Wo gehen wir zum Customs Gebäude rüber, oder? Aber wir schießen auf keinen anderen Scarfs erst mal, oder? Ich schieße grundsätzlich nicht, aber ich bereue es halt jedes Mal, wenn man da einen Spieler-Scaf überlegt läuft. Da musst du auf der Hut sein halt. Ja, das ist echt so die Grunddiskussion, die hatten wir ja schon mal. Das ist echt die Frage. Also ich habe das Gefühl derzeit, es ist echt schlimmer geworden noch als früher, wo du immer gekotzt hast, dass du angeschossen wurdest als Scarf. Und mittlerweile ist es... Also ich gucke wirklich, ich gucke, wenn ich als Scarf unterwegs bin, ist es ein Bot oder ist es ein Spieler? Weil wenn es ein Bot ist, okay, dann schieße ich nicht drauf. Und beim Spieler achte ich halt drauf, was er macht. Aber meistens ist es so, dass er halt schießt. Es ist echt... Ich finde es noch schlimmer geworden und ich weiß nicht. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also ich war ja grundsätzlich schon auch so der Meinung, dass ich eigentlich, wie es in der Beschreibung ist, dass Gesetzlose sind und du dich da halt nicht sicher fühlen kannst. Hast du das gesagt? Ja, ja. Ich kann gerade nichts los, ich glaube, Blutback irgendwie. Ich gucke mal auf. Aber mittlerweile ist es halt auch so, dass selbst wenn ich dann halt darfst du anwickeln, du wickelst dann zurück oder so, dass dir dann halt trotzdem irgendwie halt kalt in den Rücken geschossen wird. So, dass halt irgendwie dieses ungeschriebene Gesetz, wenn man sich zumindest anwickelt, halt auch nichts mehr wert ist als Scarf zumindest. Als Spieler habe ich es jetzt noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen, aber als Scarf auf jeden Fall schon mehrmals. Ja, ich muss auch echt sagen, als Spieler, wenn du Spieler mit anderen Spielern triffst und man wickelt sich an, klar, da hinten ist ein Scarf, klar ist der eine da, der dich dann umschießt und klar schießt du mal den anderen um, weil du halt in dem Moment vielleicht, also du wickelst ja dann nicht, aber wenn der halt wickelt und du musst ja dann entscheiden, wickelst du zurück oder knallst ihn halt ab. Aber wenn ich dann wickele, dann knall ich ihn nicht ab, fertig. Das ist halt für mich auch noch so. Spiele ist mir das noch nicht passiert, nur als Scarf. Ja. Na gut, da ist halt noch mal mehr wahrscheinlich, dass die Leute dann halt drauf schießen. Ja, ist halt dieses YOLO-Ding, ja. So, es ist jetzt ein Scarf-Round, ich will nur irgendwie Loot bekommen, dass ich dann möglichst schnell vielleicht rausbekomme. Könnt ihr auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, so dieses ganze System oder was. Ich weiß nicht, ist halt auch ein schwieriges Thema, weil ich hab's ja auch in dem Video, was ich vor längerem mal gemacht hab, gesagt, die Hersteller wollen ja tatsächlich eigentlich, dass es so ist. Du bist ungesetzlich. Warte, renn. Rennschritte? Ist der hier reingekommen? Ich glaub nicht, ich glaub der ist hier. Ich seh hier so ein Mauerschlitz sehen, aber nicht. Das wird aber auch ein Spielerschlitz sein, wahrscheinlich. Ist der vielleicht hier drin? Ich weiß es nicht. Das ist ein Spielerschlitz, der kommt jetzt rein. Jo. Ist jemand, nicht? Gagga, easy. Normand, normand. Ach, huyenn, jetzt beobachten wir uns. Meiner sagt nichts. Jo, der wickelt, der wickelt. Meiner sagt jetzt irgendwie, komm, geh mal mit dem mit einfach scheiß drauf. Jetzt ist natürlich krass, der Erste, der schießt dann auch wirklich nicht. Weil dann so eine Gruppe, es hat auch mies, kannst du auch mies was reißen, auch mit dem scheiß Equip, sag ich mal. Oben ist zu. Dahinten ist auch nochmal ein PC-Scaf, also ein KI-Scaf. Da steht halt einfach random da, ist wahrscheinlich AFK oder so, keine Ahnung. Ja. Ne, die, äh, wo ich halt... Die, die, äh, die, äh, die ist Teilenscafs. Ah, die reagieren nur, wenn es spielen lassen, oder? Die reagieren nur auf, dass sie nicht reagieren irgendwie. oben kommen wir jetzt nicht rein was ich halt sagen wollte der die hersteller wollen ja direkt eigentlich dass dieses was man halt hat wenn du besseres gear als ich hast knall ich dich ab und will dann besseres gehalt haben sondern über die gleise darüber ich glaube der andere ist zum ja lass rüber gehen ja von dem her kann man sich halt darüber streiten aber am ende des tages ist halt die frage was jetzt richtig ist ich möchte ich im endeffekt kannst du so wie jetzt machen der wickel und du lässt ihn und er lässt dich oder du gehst halt schießt halt alles ab was du willst aber theoretisch ist nichts dagegen auszusetzen plus was noch ein riesen punkt ist wenn du es gab bist und dir natürlich ausrüstung von dem gegner holt den du getötet hast von dem pmc als beispiel siehst du ja auch komplett nicht mehr aus nach scuff woher sollte dann wissen dass du scuff bist dann müsstest du ja mit jedem erst mal quasi wiggeln und sagen grundsätzlich ja ne du musst du siehst es ja schon aber es ist halt dann schwieriger ja es ist schwieriger in tag aufsicht du musst so schnell reagieren ist es schon fast unmöglich du legst auch bei mir so komisch er hat nur auch aber stimme ist noch in ordnung du hast es nicht irgendwie das komisches ja 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 gehen wir kasten dahinten das ist es gab wahrscheinlich ja es ist dafür sie irgendwie noch nichts los kann es sein das heißt noch nicht die action ist halt die erste schon vorbei ich komme gleich hinterher ich esse kurz was und drin kurz was ja also ich habe so ein fettes rig an das habe ich gar nicht gerafft am anfang das mit den fächern und dann drunter noch mal fächer wo bist du ja schreibt auf jeden fall meine kommentare was ihr so generell davon haltet ist echt ein schwieriges thema ich glaube dieses dieses karma system wäre eine echt gute lösung was ja aber immer noch nicht so richtig sicher sein soll ob es kommt überhaupt oder natürlich auch in welcher formspunkt ja weil die wir das machen ich kann es halt ich habe mir auch echt gedanken drüber gemacht aber du das ist von der umsetzung du denkst mal eben irgendwie so du kriegst einen minuspunkt aber es ist für irgendwie von umsetzung richtig schwer das umzusetzen ja wie es ja wie es halt ist weil du musst ja im prinzip kannst du auch darauf scheißen du musst ja irgendeinen nachteil dann dadurch haben aber dürftest du den nachteil dadurch haben wenn der hersteller direkt sagt ja sie sind halt so die sind gesetzlos die schießen den anderen über den haufen fürs bessere gier darfst du dann wirklich so benachteiligt werden dass es dich nachher interessiert ob du einen tötest oder nicht weißt du ich mein weil bei der sie zum beispiel war es ja auch so du konntest quasi humanity quasi konntest gutmütig werden zum held oder du konntest schlecht zum banditen werden aber du hattest keinen nachteil davon außer deine optik du sagst halt irgendwann aus wie ein bandit oder wie ein held da vorne geht was aber du hattest keinen wirklichen keinen wirklichen nachteil einfach und ich denke so wird sie halt auch so sein du kannst genauso dann weitermachen ich kann mir nicht vorstellen dass sie wirklich mega nachteil da mit reinbringen dass ein toter scuff rechts neben rechts außen außerhalb quasi und innerhalb auch toter scuff und das nächste thema ist ja was auch schwierig ist wenn wir jetzt ein scuff hier ist einer der das player der hat andere getötet liegst du da ich habe gedacht da sitzt einer vor mir und looted den grad das nächste thema ist ja angenommen der jetzt gerade tötet ein scuff und dann können uns ja sicher sein dass er uns auch tötet hinter uns ist ein scuff an der wand leule habe ich gar nicht gesehen der töteten scuff dann kannst du sicher sein er tötet dich auch aber sobald du ihn dann tötest obwohl er zuerst ein scuff getötet hast und sobald du den dann quasi tötest bist du aber der mobs weißt die müssten da irgendwas reinbringen sobald der quasi gefleckt ist und ein scuff getötet hast deshalb frei zum aufschießen ich weiß ich mein und er hat das mega fette rück also es geht ja bei das gar nicht ich 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 hier auch alter was dir war das gaff boss safe call hier ging es richtig aber der kranken helm also jetzt hat auch jetzt bin ich auch frischfleisch alle jetzt schießt jeder auf mich safe call ist halt einfach so weil du einfach zu viel ausrüstung hast ich hab ja schon ein großes rick ich habe jetzt noch mal ein größeres alter wo acht magazine rein passen the fuck alter ja hier war das ja ich habe halt jetzt magazine aber keine waffe ja ich habe alles schießt auf dich oder der schießt hier in der nähe oder hinten an der tankstelle krasse nummer man ja ich habe ein tricep das taugt mir mehr als ein pilgrim aber eine waffe wird so nice ich renne halt jetzt übel rum all den haben nur eine shotgun ist hier noch irgendwo ein anderer da wo ich gerade dran bin aber ich schicke mit dem sein püren ob da was drin ist läufst du blech außerhalb läuft einer es gab ja hat er eine waffe hier irgendjemand noch scheide ein gar nichts also die haben sie alle mitgenommen war ja nicht in der waffenkiste nicht über oben dringe das ist immer hier durch den durchbruch hat er noch irgendwas hast du komplett leer gemacht oder das wichtigste halt ich glaube eine tankstelle geht noch action ja ich bin außerhalb der mauer obp munition die 7,62 ja die kann achso ja gut ich kann sie kaufen mittlerweile raus ich komme hinterher aber ich bin schon jetzt richtig langsam aber weil ich total schwer muss halte stelle bist du dann ist ja leistung richtung tankstelle oder ja ja also durch sich auch übel aus hier das gab player ist halt selbst kommt dass es sofort jetzt auf dich schießt das ist und jetzt erkennst du halt in meinen augen auch nicht mehr wirklich dass es uns gab es dann hat er geflogen wasch ist ein fettes ding bekommen was zu nehmen face face mask ich habe gerade noch schiss gehört ich bin raus